Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIV mit dem Dufttyp, der Duftmietze, Tiefapuppe und Vollschrecker ist gerade irgendwie auf Tour. Der ist gerade nicht bei mir, egal. Den brauchen wir eigentlich auch gar nicht, obwohl ich nehme ihn doch lieber mit. Einfach, weil ich ihn mag. Hallo mein Joker Bro. Und ja, wir sind immer noch dabei die Tank Klassenquest zu machen, um mit der Mainquest weiterzumachen. Was ist bisher passiert? Wir suchen eine der Kardinaltugenden, der zufällig aussieht wie ein Paladin. Naja, wie auch immer. Grandson ist unser Ansprechpartner für diese Quest. Und damit soll es auch gleich losgehen. Sinderin, schön dich zu sehen. Ich habe mit der Frau des Schatzsuchers gesprochen und ihr vom tragischen Tod ihres Mannes berichtet. Sie war natürlich geschockt und verzweifelt, aber sie hat mir trotzdem alles erzählt, was sie über die Halskette weiß. Vor etwa einem Jahr sind einige waghalsige Schatzjägerinnen nach Ilmec gegangen. Ihr Ziel waren alte Ruinen, denen die Schätze des Königreichs Wirbord vermuteten. Doch die meisten von ihnen wurden unterwegs von Feenwesen angegriffen und getötet. Die wenigen, die mit viel Glück überlebten, brachten zwei der drei königlichen Schätze mit, den Armreif und die Halskette. Der Armreif also, ähm, der Armreif, also der Fangzahn des doppelköpfigen Wolfes, wurde an den Antiquitätenhändler in Yulmor verkauft, den du getroffen hast. Er beauftragte Melinda in Werfting mit der Reparatur des Schmuckstückes, das dort von Dikaiosine geraubt wurde. Die Halskette trägt wohl den Namen Auge des doppelköpfigen Wolfes. Ehe der Schatzsucher sie verkaufen konnte, wurde sie ebenfalls von Dikaiosine geraubt. Soweit die Geschichte der Händlerin. Wenn sie die Wahrheit gesagt hat, und daran zweifle ich nicht, dann versucht Dikaiosine, die drei Königsschätze, an sich zu bringen. Das bedeutet, wir könnten ihn vielleicht mit dem dritten Schatz anlocken. Dabei handelt es sich um einen Ring mit dem Namen Klaue des doppelköpfigen Wolfes. Aber es dürfte nicht leicht werden, den zurückgelassenen Schatz aus Ylmec zu bergen. Die Feenwesen dulden keine Eindringlinge in ihr Gebiet. Ach, wenn es darum geht. Ich bin mit einigen von den Feen befreundet. Wirklich? Dann können wir ja bestimmt mit ihnen reden. Ein Versuch ist es wert. Lass uns nach Ylmec reisen und die Feen nach dem Ring fragen. Ja, nichts leichter als das. Wo geht es denn hin? Es geht zu den Pixies. Sehr gut. Das sind mir die lustigsten aller Feenwesen hier. Die Musik passt auch. Ausgezeichnet. Ich mag die Musik hier. Die ist so fröhlich. Bis jetzt ist unser Glück nichts passiert. Aber wer weiß, was die Feen mit uns anstellen. Von den Bewohnern Ylmec hatten die Nomu am engsten Kontakt zum Königreich wirbert. Weißt du, wo sie leben? Ähm, in Pla Annie, nördlich von hier. Pla Annie. Gut. Dann lass uns dort unser Glück versuchen, Sinderlin. No prop. Auch da waren wir ja schon. Nicht nur einmal. Vollstrecker kommt uns fragend an. Ja, das muss so. Ich bin halt eben viel unterwegs. Ich reise gerne. Und da haben wir auch schon die erste, mit dem wir reden können. Du siehst aus, als würdest du mich etwas fragen. Ein herrschaftlich-königlicher Ring aus Wirburt? Ja, davon habe ich gehört. Die Klaue des doppelköpfigen Wolfes. Aber das herrschaftliche Königreich von Wirburt ist vor früh langer Zeit untergegangen. Ich habe keine Ahnung, wo der Ring jetzt sein könnte. Hm. Das ist natürlich schade. Aber bestimmt finden wir hier noch jemanden, der es weiß. Der da drüben zum Beispiel. Der Yalaul. Was kann ich für dich tun? Die Klaue des doppelköpfigen Wolfes. Den Namen habe ich schon einmal gehört. Aber mehr weiß ich auch nicht. Der alte Sulul stand früher im Dienst der Prinzessin von Wirburt. Wenn jemand etwas darüber weiß, dann er. Es kann aber gut sein, dass er nicht mit dir darüber redet. Und er ist etwas, nun ja, eigensinnig-eigen. Das macht nichts. Bisher haben wir es schon geschafft, jeden Eigensinnigen irgendwie entgegenzukommen. Und wenn es ein ehrenwerter Handel ist, so wie zum Beispiel hier bei den Dudes öfter mal der Fall ist. Hast du etwas über die Klaue des doppelköpfigen Wolfes herausgefunden? Es gibt hier jemanden, der weiß was davon. Vielleicht. Der alte Sulul hat der Prinzessin von Wirburt gedient. Hoffentlich kann er uns mehr über den Ring erzählen. Das hoffe ich doch auch. Ach, wisst ihr was? Das Laufen ist mir zu blöd. Ich fliege lieber. Das geht viel schneller. Oh, sonderbar seltener Besuch. Was führt euch zu mir? Oh, eine Vision. Du hast sicher schon gehört, dass es ein fünftes Opfer gab. Dieses Mal wurde ein jünglich-junges Mädchen verwandelt. Die Serie der Verwandlungen setzt sich fort. Kein Bürger in Wirburt scheint mir sicher. Was kann nur die Ursache sein? Bei der Untersuchung der Leichen wurden Überreste magischer Energie entdeckt. Irgendjemand missbraucht Magie für seine finsteren Pläne, aber wir haben keinen Hinweis auf die Identität des Täters. Wir Hofmagier werden ihn schon aufspüren. Bis dahin hoffe ich, dass ihr die verwandelten Wesen schnellstmöglich erledigt. Wir sollen sie töten? Gibt es denn gar keine Möglichkeit, sie wieder zurückzuverwandeln? Dein Mitgefühl erbt dich, aber es gibt keine andere Lösung. Als königliche Ritter seid ihr der Gerechtigkeit und dem Schutz der Schwachen gepflichtet. Es dürfen nicht noch mehr Bürger sterben. Und denke dir bloß aus, was passiert, wenn die königliche Familie selbst in gefährlicher Gefahr geraten sollte. Auch sie musst du als ritterlicher Ritter beschützen. Jawohl! Macht euch keine Sorgen. Ich, Saulia, Prinzessin des Hauses Wöburt, werde auf jeden Fall lösen. Aber königliche Prinzessin, das ist viel zu grausig gefährlich. Ach ja? Soll ich etwa tatenlos zusehen, wie meine Untertanen sterben? Welchen Wert hat meine Sicherheit, wenn sie nicht auch für mein Volk gilt? Ihr habt natürlich recht, Prinzessin, aber... Du bist Brandon, nicht wahr? Du bist noch recht jung und unerfahren. Doch der Großmeister der Ritter hält viel von dir. Sei mein Schwert und untersuche diesen Fall mit mir. Wie bitte? Ich? Wir dürfen nicht zulassen, dass noch mehr Unschuldige sterben. Brandon, nimm dir ein Herz. Kämpfe für die Gerechtigkeit. Prinzessin, Saulia. Äh, Saulia. Ich schwöre bei meinem Schwert, euch und eure Untertanen zu beschützen. Danke, Brandon. Ich vertraue auf dich. Nun lass uns gleich damit beginnen, noch mehr über die Sache in Erfahrung zu bringen. Niam. Prinzessin Saulia, bitte wartet doch. Wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, ist sie nicht mehr davon abzubringen. Hoffentlich kann Brandon sie vor schädlichem Schaden bewahren. Hey, was ist los mit dir? Ihr seid ja kauzig komische Vögel. Wollt ihr nun mit mir sprechen oder nicht? Ich hab da was gesehen. Wie kannst du das wissen? Kannst du die Vergangenheit sehen, so wie Brandon? Was hat das zu bedeuten? Ihr habt mein neugieriges Interesse geweckt. Erzählt eure Geschichte. Wir tanzen durch die Weltgeschichte, suchen einen Ring und wollen damit die Kardinaltugend besiegen. Ich soll euch mehr über die Klauen des doppelköpfigen Wolfes verraten. Ihr solltet wissen, dass wir Numu ehrbaren Handel treiben und für alles einen Preis verlangen. Unsere wässrige Wasserquellen in Würburtenburg wird von fließenden Flugbestien verunreinigt. Ich möchte, dass du sie beseitigst. Das ist eine Aufgabe, mit der kommen wir klar. Und dir gebe ich noch eine andere Aufgabe. Na ja, zumindest macht er was und steht nicht einfach nur doof rum. Na gut, dann wollen wir malen. Wo müssen wir hin? Ach Mensch. Dann teleportieren wir uns da mal zu den... Amanus? Amaneus? Amaru? Amarus! Einmal kurz rüber geflattert. Da lang. Dann wollen wir hier mal zum Zielort. Und mal gucken. Was hier jetzt auf uns warten wird. Einen Sündenvertilger oder so? Ne. Mutanten. What the fuck? Aber egal. Sündestufe 76. Das ist so. Ja, okay. Meinetwegen. Ja, komm. Dann soll er mal draufhauen. So, geschafft. Aber Mutanten? Waren die schon die ganze Zeit hier? Kann mich nicht dran erinnern. So, dann mal gucken, was der Gute jetzt noch zu uns zu sagen hat. Hast du die fliegenden Flugbästchen an unserer wässrigen Wasserquelle besiegt? Ja. Gut. Du musst wissen, sie waren einst Bürger von Wöburt. Sie wurden verwandelt, so wie viele. Von verbrecherischen Verbrechen hast du ja durch deinen Blick in die Vergangenheit erfahren. Eine Verwandlung? Ist das etwas anderes als bei den Sündenvertilger? Auf diese fragliche Frage werde ich dir eine Antwort geben, sobald du deinen Teil der Abmachung erfüllt hast. Schließlich ist dies ein ehrbarer Handel. Dufte hat genug geleistet, aber du musst noch deinen Preis bezahlen. Die Informationen, die dir verlangt, sind wertvoll. Verdammt, geht das nicht schneller? Uns rennt die Zeit davon. Und ich habe jede Menge Fragen an Sulol. Aber auch an dich, dufte. Wenn ihr es eilig habt, sollte sich deine kameradschaftliche Kamerad beeilen. Erst wenn er seine Aufgabe erfüllt hat, erfülle ich meinen Teil der ehrbaren Abmachung. Ah, okay. Ich gucke mal kurz weg. So. Oh Mensch. Ja, ich glaube, er hat seine Abmachung erfüllt. Du kommst zur rechten Zeit. Dein freundlicher Freund hat gerade die Aufgabe erfüllt, die ich ihm aufgetragen hatte. Wie versprochen, werde ich euch nun eure Fragen beantworten. Die Hunde haben mich ganz schön erkennen lassen. Ich hoffe, die Antworten waren die Schinderei wert. Es ist die Bezeichnung als Hunde verbitte ich mir. Doch die Antworten habt ihr euch verdient. Was wollt ihr wissen? Duft hat in der Vergangenheit gesehen, dass du früher mit Brandon zu tun hattest. Weißt du, was mit ihm geschehen ist? Ja, er hatte das schicksalhafte Schicksal, die Lichtflug zu verursachen. Er starb beim Versuch, die Katastrophe aufzuhalten und wurde zu einem grausigen Sündenvertilger. Ja, das deckt sich mit unserem Wissen. Als Sündenvertilger trägt er den Namen Dikaosine. Wer auch immer sich diesen scheiß Namen ausgedacht hat. Wir glauben, dass er es auf die drei Königstädte von Wöbord abgesehen hat. Dafür hat er viele Unschuldige getötet. Er fühlt sich also noch immer an seinen ehrenvollen Treue eitgebunden. Für dich mag Brandon vielleicht ein Freund gewesen sein, aber für mich ist Dikaosine der Mörder meiner geliebten Melinda. Ich werde ihn zur Rechenschaft ziehen. Ich verstehe deine betrübliche Trauer und deinen Wunsch nach Rache. Dikaosine ist nur noch ein Sündenvertilger. Die Erinnerung an die drei Königsschätze steckt vermutlich noch irgendwo in seinem Körper, aber sein Handeln ist von Instinkt getrieben. Der echte Brandon hätte niemals... Ich will gar nicht mehr darüber wissen, wie Brandon einmal war. Ich will ihn hassen. Nur der Hass kann mir die nötige Kraft geben, eine Kardinaltugend zu besiegen. Mir ist egal, ob er jetzt Brandon heißt oder Dikaosine. Er ist mein Feind. Sag uns endlich, wo die Klaue des doppelköpfigen Wolfes zu finden ist. Damit können wir den Sündenvertilger ködern. Hässlicher Hass ist kein guter Ratgeber. Ich halte es für keine günstig gute Idee. Der Ring ist ein zu hoher Preis. Erzähl mir nichts von einem hohen Preis. Ich habe schon alles verloren, was mir lieb und teuer war. Versuch nicht, mich aufzuhalten, Lüfte. Um Melindas Tod zu rächen, würde ich notfalls auch dich aus dem Weg räumen. Versuch's doch mal. Ich hatte großes Mitleid mit Brandon. Doch er war zu der Dikaosine geworden und gegen den konnte ich nichts ausrichten. Doch vielleicht könnt ihr seiner grausig geschundenen Seele Frieden schenken. Ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen. Wenn ihr bereit seid, kommt zu Schloss Liergier. Ich habe genug von seinen Geschichten. Junge, einfach mal Ball flach halten. Hör mal auf, so einen 13-jährigen Todesritter zu spielen. Ich bin Todesritter, weil ich bin böse. Solche Leute kann keiner, äh, mag keiner. Dieses unreflektierte Handeln einer Person, die wahrscheinlich gerade mega in der Pubertät steckt. Aber okay, meinetwegen soll er doch tun, solange ich meine Informationen bekomme und ich mit der Mainquest weiterkomme, ist mir das relativ egal. Ich meine, hey, er kotzt kein Licht. Die dufte Mieze schon. Das ist ja schon mal ein ganz, ganz großes Problem. Ich meine, guckt euch mal den Himmel an. Auch das ist das Werk von dufte Mieze. Wenn die drauf geht, dann gibt es Ärger. Aber halten wir sein kleines Spatzenhirn einfach mal ein bisschen flach. So, irgendwo hier? Ah, da. Dann wollen wir mal. Okay. Zu der Zeit, als das Königliche Königreich Wöbord noch existierte, hieß dieses Bauwerk noch Schlossgrünes Licht. Vor hundert Jahren diente ich hier der königlichen Prinzessin. Wie du in deiner Vision gesehen hast, wurden damals mehrere Leute in bestialische Bestien verwandelt. Als königlicher Ritter untersuchte Brandon die Vorfälle, doch als sich vor seinen Augen ein Bürger verwandelte, zögerte er. Und weil Brandon das Wesen nicht sofort niederstreckte, konnte es sich auf Prinzessin Saulier stürzen und sie verletzen. Weil er die Prinzessin in Lebensgefahr gebracht hat, verlor Brandon seinen ritterlichen Rittertitel und wurde aus der Stadt verbannt. Doch nach einiger Zeit kehrte er zurück, nicht allein, sondern in der Begleitung von Artbert und anderen abenteuerlichen Gestalten. Sie wollten gemeinsam die rätselhaften Verwandlungsfälle aufklären. Ich war höchst erfreut, Brandon wiederzusehen. Auch Prinzessin Saulier freute sich über Brandons Rückkehr. Leider war die Freude nur von kurzer Dauer. Ein Unglück ereilte Brandon. Ein Unglück, dass das ganze königliche Königreich betraf. Die schlimm-schrecklichen Ereignisse nahmen ihren Lauf, als Brandon und seine Gefährten die Vorfälle aufklärten. Sie fanden heraus, dass der königliche Hofmagier Tedrick hinter den Verwandlungen steckte. Es gibt keinen Zweifel mehr. Der Hofmagier steckt dahinter. Ich sollte es nicht glauben, aber es ist wahr. Bringen wir es zu Ende. Die Fürsten Die 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 Warum Tedrick, warum hast du solch ein Leid über das Königreich gebracht, dem du als Hofmagier der Treue geschworen hast? Branton, hat man dich nicht aus dem Königreich verbannt? Auch wenn ich kein Ritter mehr bin, kämpfe ich weiter für Prinzessin Saulier. Puh, wie du willst, dann muss ich eben dich und deine Freunde beseitigen, um die Herrschaft über das Königreich zu erlangen. Los ihr Töppel, freut euch, dass ihr für mich kämpfen dürft. Meister Tedrick, diese Schmerzen, bald werdet ihr keine Schmerzen mehr spüren. In diesem Königreich ist kein Platz für jemanden, der seine eigenen Gefolgsleute opfert, um seinen selbstsüchtigen Ziele zu erreichen. Du hast nichts anderes als den Tod verdient. Okay, ich bin mal gespannt, was ich für Aktionssymbole jetzt habe. Scheinbar muss ich ja selber kämpfen. Juh, hey, na das geht ja. Ah, okay, alles klar. Das geht ja tatsächlich. Fangen wir erstmal an, die kleinen kaputt zu prügeln. Wobei, kann es sein, dass ich die ein bisschen weglocken muss, damit dieser Link aufhört. Ne, leider nicht. Hätte ja klappen können. Was habe ich denn hier? Geist der Ritterlichkeit. Ah, okay. Ich kann hier mit meinen Gruppenmitgliedern heilen. So wie ein normaler Paladin auch. Na komm, nehmen wir mal Verwegenheit. Zwischenruf ist auch nochmal ganz gut. Sprünge mal hier mit rein. Oh, mal ein bisschen näher ran. So. Für den Fall, dass da irgendwas cooles jetzt kommt. So eine fette Aoe oder so. Aber man sieht, da sind noch mehr Leute außerhalb. Die kommen sicherlich auch irgendwann in den Kampf. So, den wir jetzt auf dem Dicken. Was heißt Dicken? Den hässlichen hier. Naja, da kommen schon die Nächsten. Oh, ist Cthulhu. Sehr schön. Nee. Äh, Moment. Ich gehe mal lieber zu ihm hier. Wow. Wow. Ich stand da... Wow. Ich stand da nur in einer drin. Das ist ja frech. Was zum... Nee, komm. Nee, nee, nee. So wollen wir hier mal gar nicht anfangen. Mit einfach normal... Äh, normal... Einfach sehr einfach. Auf ein neues. Das finde ich ja jetzt schon ein bisschen frech. Aber ich hatte auch echt zu spät gemerkt, dass die hier schon zu zweit in einer Aoe standen. Und ihmchen hier in einer anderen. Dann wollen wir das Ganze hier ganz easy peasy nochmal machen. So, ärgerlich ist es nur, dass man hier gerade nur eins drücken kann. Ich schalte mal die Map aus. Und sehe ich vielleicht auch ein bisschen mehr. So, aber ich bewege den hier einfach schon mal... Die beiden schon mal Richtung Mitte. Weil wir wissen, dass da jetzt eine Aoe... Frage ich ja. Eine Aoe kommt. Und dann eklipsieren wir uns hier ein bisschen durch die Gegend. Ich hätte hier ganz gerne so einen Charge. Wisst ihr das? Also, jetzt kommt er gleich wieder mit der nächsten Runde. Ich brauche erstmal weiter auf den. Okay, jetzt ist er bei 0. Und... Genau. Jetzt schaut mal, jetzt stehen wir zu dritt. Das ist natürlich blöd. Ich fange mir lieber selber einmal kurz eine Heilung ran. Und rüge nochmal mit der zweite. Damit sollte der Heiler jetzt auch ein bisschen safe sein. Wada fack. Oh. Einmal unterbrechen. So, kommt gleich wieder so ein Limit Break oder so. Das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ne. Oh. Yeah. Einmal kurz. Ein bisschen heilen und auseinander gehen. Schade. Ich glaube, ich hätte mit der Aoe dort rüber gehen müssen. Wie viel Schaden macht das? Na, auch gar nicht so viel. Okay, jetzt kloppe ich trotzdem nochmal auf die Kleinen. Na gut, zumindest sind meine Magie-Punkte auch gleich einigermaßen genesen. Ah, sehr gut. Der holt sich noch ein paar mehr aus der Reserve. Das ist okay. Äh. Oh. Und jetzt kommen hier lustige Aoe's. Wetten, weil ich muss gleich nochmal hier hin. Oh, doch nicht. Okay, ich bleib lieber bei dem hier. Ich merke nämlich, dass das gar nicht so eine gute Idee war, das Ziel zu wechseln. Das dauert auch echt hier voranzukommen. Ah. Na komm, nochmal ein bisschen weiter in die Richtung. Aber noch sind wir nicht durch. So, der Dude ist wieder dran. Ah, das gefällt mir überhaupt nicht. Wobei, jetzt schmilzt er ein bisschen kräftiger. Das ist gut. Na ja, die nächsten Verhexungen. So, wo ich ein bisschen weiter wegstehen. Also, nein, näher an dem Rand stehen und so. Mir selber nochmal kurz eine Heilung geben. Und dann sollte es das gewesen sein. Okay. Was jetzt? Oh, ich glaube, hier muss ich gleich ein bisschen aufpassen. Ich muss hier echt ein bisschen schauen. Nicht, dass der irgendwelche bösen Attacken macht. Die er nicht machen sollte. Die nicht angezeigt. So was hier zum Beispiel. Dieser Heep vor seiner Hand nach oben setzt. Ja, Artbeard bleibt natürlich eiskalt stehen. Kriegt das nicht gebacken. Aber ich glaube, jetzt sieht es gut aus. Gesegnetes Eisgar. Jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen Kette geben scheinbar. Aber. Das ist schon unser Ziel. Sehr gut. Der Typ ist Schotter. Verdammter Verräter. Die Krone ist mein. Das Königreich ist nichts ohne mich. Wenn ich falle, reiße ich dich mit. Soldier. Prinzessin. Du verdammter Bastard. Prinzessin Soldier, bitte sag doch etwas. Ich habe dir mein Schwert geschworen, euch zu dienen. Der Schwur gilt. Auch wenn ich kein Ritter mehr bin. Was kann ich für euch tun? Danke, Brandon. Welch ein Glück, solch einen edlen Ritter wie dich in meiner Nähe zu wissen. So bitte ich dich, lass doch nicht zu, dass ich dich verletze. Ich kann euch nicht töten. Ich kann euch doch nicht töten. Ich kann euch doch nicht töten. Nein. Ich kann euch doch nicht töten. Bitte, Brandon. Erfüll deine Pflicht. Sei mein Schwert. Ich kann euch doch nicht töten. Brandon, jung und unerfahren. Der Großmeister hält viel von dir. Sei mein Schwert. Halt. Das ist meine Pflicht. Das ist meine Pflicht. Brennan, mein Schwert. Dann ist mein Schwert. Willst du keinen? Mein Schwert wollte ich nicht töten. Wir haben Tadrix Handlanger festgenommen und eingekehrt. Ich habe zumindest alle, die noch nicht verwandelt wurden. Ich werde nie wieder zögern. Ich werde Gerechtigkeit vollstrecken, ganz gleich welche Opfer ich dafür bringen muss. Das bin ich Prinzessin Saulia schuldig. Was hast du gesehen? Ich habe einfach alles gesehen. Ich konnte voll gut in deine Vergangenheit blicken. Er hat auch einer geliebten Person in den Tod gebracht. So wie ich meiner Melinda. Lass uns nach Plaenny zurückkehren. Dort können wir in Ruhe reden. Siehste, das meine ich. Ich bin so wütend auf ihn. Aber warum bin ich wütend auf ihn? Warum ist er so wie er ist? Und jetzt wissen wir es. Also zumindest, ja, Brandon ist eigentlich gar nicht so ein falscher Dude gewesen. Aber das wussten wir ja schon, als er in der Ursprungswelt sich als Krieger des Lichts der ersten Splitterwelt kenntlich gezeigt hat. Also, wie dem auch sei. Auf jeden Fall krasses Ding. Was ich wiederum lustig finde ist, dass sich die Krieger des Lichts in der ersten Splitterwelt das Leben nehmen mussten, um in den Ursprung zu kommen, um dort das Licht aufzuhalten. Und wir nicht, um umgekehrt hinzukommen. Naja, wie dem auch sei, an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy XIV mit dem Duften Mitsu und dem ganzen Drumherum. Wir kennt ihr ja schon. Also, bis bald!